Hallo und herzlich willkommen zurück bei Ratchet & Clank Rift Apart. Seht, wir sind die Rivet. Wir stehen auf dem Königsfelsen. Ich muss mich erstmal orientieren. Was ist eigentlich hier los ist? Wir haben in letzter Folge eine Waffe gekauft und haben tatsächlich... Oh, ich muss das mal ganz kurz... Ja, es gibt doch Doppelsprung. Wir hatten das jetzt eben nicht gedoppelsprungend. Hm, vielleicht hat auch mein Daumen gehangen. Ja, wir sollen den Flicker flicken. Wir sollen hier hinten den Flicker neu starten. Was ist das nochmal für ein Zeichen? Ach, das ist unser Schiff. Hier haben wir einen Teleporter. Wir haben zwei Gold Bowls. Uns fehlt praktisch nur einmal die Rüstung und dann sind wir auf diesem Planeten durch schon. Ach, das ist so traurig. Äh... Das hätte ich auch nicht erwartet, dass das ein Riesenroboter ist. So, ich überlege nur gerade. Was wollen wir jetzt hochladen? Ne, äh, aufladen. Wenn nicht gegen Piraten kämpft, ist er ja vielleicht ein sanfter Riesel. Kommt mit der Schwer-Riesenroboter, aber warten wir es ab. Da hinten ist ein Dimensionsriss. Noch eine Dimensionsfalte. Was meinst du? Könnte Spaß machen. Eine Dimensionsfalte, nicht Dimensionsriss. Oh, oh. Jetzt brauchen wir hier... Oh, ich darf nicht mehr runterfallen. So. No. Wo denn, wo denn? Da. Wir gehen mal in die Dimensionsfalte. Stimmt, Dimensionsriss ist ja das, was wir mit Klenk machen und Dimensionsfalte ist ja das. Oh. Hier fehlt ein Scheinbar. Scheinbar schon. Können wir da rüber? Bringt das irgendwas? Ich glaube nicht. Vermutlich bekommen wir hier in dieser Dimensionsfalte unser nächstes Stückchen. So, wir haben jetzt hier Dimensionsfalte 666667. Scheinbar stinkt es hier. Übelst hart. So. Ach was. Oh, jetzt mal hier. Interessant. Okay. Wie so ein letzter Flitzkäferrit. Übrigens, wir haben schon 51%. Das macht mir ein bisschen Sorgen. Wir müssen da hochkommen. Das heißt, es ist wahrscheinlich irgendwann vorbei jetzt. Lassen wir hier alles in Ruhe einsammeln. Weil die Mrs. Zocker ist ja ein bisschen verteuert. Erteuert? Teuer geworden. Oh nein. Oh nein. Und dann müssen wir wieder am Anfang rippt, oder nicht? Och, scheiße. Ich hätte mich beilen müssen, okay. Gut. Dann machen wir das alles halt nochmal. Das ist ja gar kein Problem. Ich weiß jetzt, wo es lang geht. Und wir haben jetzt schon alle Kisten eingesammelt. Ach, ich muss es... Ich darf es... Ich muss es gedrückt halten. Das erste Mal bin ich nirgendwo davor gefahren. Und jetzt, wo ich aber genau weiß, was ich tun soll, fliege ich einfach davor. So, jetzt machen wir das hier. Uh! Jetzt buchen wir das. Jetzt buchen wir das hier. So, was bekommen wir hier? Q-Force vielleicht. Oh ne, Lombax Bre... Bre... Bretoriana. Okay. Ein schönes Haus hier. Aber ich weiß nicht, ob ich hier leben wollen würde. Ist zwar schön abgeschieden, aber... So kann ich hier... Eine... Wer ist... Ey, wie... Ich komme nicht auf das Wort. Garage. Oh Gott, ey. Was ist denn da los? So, das haben wir jetzt schon mal abgehakt. Hier hakt. Ja. Was jetzt überhaupt? Haben die jetzt über die Dienste gesprochen, über die Dimensionsfalten? Mhm. Au! Wir sollen scheinbar ihn umbringen, auf jeden Fall. Wir sollen uns den Spaltstrahl bei den Spalten und einen neuen Untersuchung bringen. Ah! Dachtest du etwa, du würdest so leicht entkommen? Immer her damit, Pierre! Ich warte darauf, dass du selbst runterkommst und mit mir kämpfst! Ja, ha, ha! Ich hätte mieten sollen, dass es nicht Fleisch führt, euch zu versenken! Aber es ist... Ihr willst den Flieger zu fliegen! Okay, wenn man jetzt auch die verpikst, ne? Ja, ich höre gar nicht mehr zu! Wie soll ich ohne meine Ernstzweilung weiter? So, hier haben wir natürlich noch einen. Na? Blöd oder was? Ich will doch hier die Boots haben. So. Oh, Ende. Okay, wir haben hier noch einen leeren Rückschluss vielleicht. Ei, ei, ei. Ich sollte vielleicht, äh, andere Waffen nehmen. Ach, deswegen liebe ich diese... Die Klingen... Ich weiß gar nicht, wie es heißt. Okay. Ich hab's jetzt übrigens verstanden mit diesem Querschläger-Ding. Wie lange genug gedauert. Der Exekutor. Eieiei. Eieiei. Och Gottchen, wir sterben gleich. Das ist aber nicht so gut. Vielleicht sollte ich nicht unbedingt jetzt meine ganzen Waffen aufrüsten. Der Exekutor. Ach, da drüben ist er. Haben wir hier schon überhaupt alles? Nee, die Bowls haben wir noch nicht alle. Die Bowls, die Bowls. Hier, das können wir auch noch ab, man. So. Hä, wo ist er denn? Oh, wir haben schon lange nicht mehr. Mr. und Mrs. Partypilz. Sieht da. So. Hm. So, dann können wir doch jetzt hier... Ein Fell wird ein Wischwab für unser Deck. Ja, ich kann Schilde nicht ausstehen. Jejejeje. Oh, jetzt sollte ich vielleicht wieder anspielen. Was nimmt man jetzt zu der Bumme? Das fällt hier bloß nicht sein, wilden Ratten. Ja. Ja. Oh, ich hab nichts mehr. Jetzt haben wir hier negativ geschickt. Was ist, wenn das Phasenquarz irreparabel ist? Dann haben wir echt ein Problem. Dann haben wir echt ein Problem. Aber wozu sich schon jetzt darum sorgen? Klingt, dann haben wir ein Problem. Ich hab sowas so zu sagen. Oh Gott, ey. So, ich muss mal ganz kurz in mich gehen. Wir müssen... Wir müssen scheinbar da lang. Oh, da drüben, das bringt nichts. Ich muss ja wieder hingehen. Warte mal, warte mal. Ich muss mal ganz kurz gucken hier. Von da kamen... Hä? Wieso ist denn da drüben so eine grüne? Okay, na gut. Wir haben ja hier auf dem Planeten alles eingesammelt. Jetzt geh ich mal gucken. Ähm... Wieso haben wir denn an den... Okay, warte mal. Oh. Oh, was ist denn hier los? Das ist neu. Oh. Das tut weh! Die gab's immer bei den, ähm... In der Fabrik. Ah, ich weiß nicht mehr, wie sie hieß. War's das? Deswegen konnten wir hier rüber? Oder? Oder war das nur Raritanium? Ich weiß nicht mehr, welche Fabrik das war. Oder waren die auch immer? Und dann waren die so... Nee... Nicht mal in der Fabrik, auch irgendwo anders. Und dann waren die so groß. Aber wenn man die geschlagen hat, sind zwei neue rausgekommen. Bloß ein kleiner halt. So, jetzt gehen wir mal hier hoch und versuchen mal den Flicker neu zu starten. Hä? Ach, wir sollen hier hin. Schung das. So, wir sind jetzt hier. Da vorne habe ich Raritanium vergessen. Da müssen wir dann direkt nochmal hin. Und wir haben irgendwas Neues eingesammelt. Welche haben wir da ja eingesammelt? Oh, die hier! Oh! Oder? Nee, die haben wir noch an. Die hier haben wir eingesammelt. Lombanks Prey. Prey Torianer. Alles klar. Wie genau flicken wir den Flicker? Hm. Wir müssen ihn wohl erst einschalten. Wurde er wegen seines Defekts ausgeschaltet? Mal gucken. Ist er hier? Wo ist er denn, der Flicker? Das muss der Einschalter des Flickers sein. Ach, da drüben ist er. Das ist aber ein sehr kleiner Flicker. Was will denn der mit unseren mini kleinen Dingern anfangen? Das da hinten sieht wohl cool aus. Was ist das? Anstrengung, Anstrengung. Hallo? Bist du, ähm, okay? Nein. Ich bin kaputt. Wie alles andere hier. Nichts kann repariert werden. Oh je. Gar nichts! Puh. Wieso ist denn der böse? Ja, mindestens sind die Piraten erledigt. Konzentriere dich bitte aufs Gleiten. Green. Er reißt hier alles nieder. Schrott. Voraus! Huh, huh, huh. Hö, ев. Hä? Wieso ist das denn? Uäh. Hä? Wieso ist denn der böse? Hast du eine Idee? Denn mir fällt es schwer nachzudenken, während ich vor einem riesigen, mörderischen Roboter flüchte. Das ist schon sehr cool gemacht. Oh Gott. Da würde ich gerne eine Achterbahn fahren. Oh oh. Ich glaube, ich hätte irgendwo abspringen müssen. Ich glaube, wir drehen uns im Kreis. Der Stand ist vielleicht unser Ausweg. Barrieren ist Erleuchtung. Doch ich verdiene keine Erleuchtung. Mir fehlt die Weisheit. Weisheit. Ich habe eine Idee. Bin ganz Ohr. Ich bin gebrochen. Ich kann nicht fliegen. Ich bin unfliegbar. Oh Gott, was ist denn los, ey? Oh je. Einfach alles fällt auseinander. Aufhören, bitte. Oh je. Hey. Ist was geschafft. Oh Mann, ey. Was ist denn dein Problem, ey? Ist jetzt verwirrt? Ich mag anders sein als vorher. Was ist denn dein Problem, ey? Oh Mann, ey. 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 Wie kann ich euch dafür nur jemals danken? Kannst du das flicken? Okay, gut. Er braucht seine Hände nicht dafür. Das war so Quatsch. Wir haben gerade einem alten Riesenroboter neue Hoffnung geschenkt. Ich bin es, der euch danken muss. Jo, uns fehlt immer noch ein Arm. Robotröster. Ja, ich hoffe, Ratchet hatte es leichter, einen neuen Dimensionator zu bauen. Und? Reden wir darüber, dass du mich vorhin gerettet hast? Boah, wie er krass aussieht einfach. Das scheint selbst in meiner Dimension deiner Art zu sein. Äh. Na, geht rein. Er hat einfach seine Hände dahin gemacht. Du hast den großen zurückgeholt. Hast du ihm von meinem Premium-Sport erzählt? Was meint er? Ach egal, ich erzähle sie. Ja, besser ist das. Warte mal, wir müssen jetzt erst mal nochmal da rüber, bitte. Da habe ich nämlich was vergessen. Wir haben dort das repariert. Ist das ein Fehler? Also was haben wir denn? Nichts hier. Jetzt haben wir uns schon alles angehört. Hier, Eintrag. Das sind unsere ganzen Loops. Die kennen wir auch schon. So, ich will gerne nochmal da rüber, bitte. Da habe ich nämlich irgendwie was vergessen, leider. Irgendwo hier habe ich was vergessen. Ach, hier. Alles klar. So, ich muss ganz kurz meine Entkarte herauslassen. So, der Gute hat Hunger. Jetzt wo wir einmal hier sind, nehmen wir natürlich nochmal alles mit, was wir hier haben. Das steht ja alles nochmal da, zum Glück. Und ich bin irgendwie zu geizig, gegen mein Geld Munition zu kaufen. Ich finde das irgendwie sinnlos. Ich weiß immer noch nicht, wie lange man sich hier drehen muss. Hm, was haben wir hier? Achso, das ist einfach nur, um sich dahinter zu verstecken. Kann ich auch gleich nochmal gucken, aber ich glaube, das ist echt einfach nur dafür gewesen, dass man da rüber konnte. Ja, das sind die Alten. Die Alten, die nicht so schnell waren. So, das haben wir natürlich auch noch mit. Haben wir jetzt hier alles? Joa, wir haben hier alles. So, wir nehmen jetzt nur erstmal alles mit hier, damit wir schön bei der Mrs. Zuckern einkaufen gehen können. Ne, das ist unser Begehr. Ein Teleporter? Ein Teleporter? Oh oh. Mit Grinden kommen wir nicht zurück. Ne. Gut, wir werden uns mal teleportieren. Lernen heißt lernen. Lernen heißt wachsen. Wachsen heißt reparieren. Ja. Ja, weu. So, Mrs. Zuckern, ich bin da. Geben Sie mir bitte alles, was Sie haben. Oh, wir haben nur... Wir können den Todeshandschuh kaufen. Sehr schön. Oh. Kaltfront und Bombardierer kommen als nächstes. Die werden wahrscheinlich noch mehr kosten. Wir gehen mal in die Aufrüstung rein. Kreis. Was haben wir hier eigentlich? Ich setze Todeseier voller Schicksalsagenten frei. Diese kleinen Freunde beißen die Gegner, die... Uh. Das nehmen wir aber. Erinnern mich so ein bisschen an die Mini-Klinks von Crack in Time. So. Ich weiß gar nicht, was das ist, aber wir nehmen einfach immer... Ach, das ist Tempo der... Du hast sie verdient. So, dann nehmen wir natürlich das hier auch mal mit. Und das auch noch. Nette Mord. Was? Munition-Spawner. So. Sorry. Keine offenen Zellen. Hammer, 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 Hammer. Hammer, Hammer, leere Rückstoß hätten wir jetzt noch. Miss Partypilz, Mr. und Mrs. Ach, das ist Miss Partypilz. Mr. und Miss Partypilz. Schmetterbombe hätten wir noch einiges. Executor, dann haben wir den voll. Oh ja. So. Oh. Hier gibt es Bowls. Jeder Aufprall steht zwischen sich Bowls aus jedem Gegner. Wo war's? Kommen wir jetzt einmal rum? Oh, aber gerade so. Oh ja. Zusätzlich Bowls aus jedem Ding. Das will ich natürlich ausprobieren. Haben wir hier irgendwo Gegner? Wollen wir das mal ausprobieren können? Nee, was werfe ich denn gerade? Ach, verdammt. Guck mal, das sind meine kleinen Agenten. Ich habe gerade das falsche ausgewählt. Mist. Ja, die sehen aus wie die kleinen Clanks. Ähm, ich wollte doch hier Querschläge aus dem hier. Weil wir brauchen jetzt, also die hat noch zwei, er hat noch zwei Herz auf jeden Fall. Ich will auf jeden Fall noch die Reader bauen. Deswegen müssen wir nach dem Spiel, oder ich weiß noch nicht, wie ich es mache, noch auf die Suche gehen nach den restlichen Spion-Bots. Ich muss das ein bisschen nochmal schnell mitnehmen. So. Oh oh. Oh oh. Oh oh. Oh oh. Oh nein. Kacke. Ja, besser ist das. So. Wir wollen, da oben ist unser Schiff hier. Unser Schiff hier, unser Schiff hier. Wir nehmen erst mal das hier nochmal schnell mit. Entschuldigung. Wenn ich eine Kiste sehe, muss ich sie mitnehmen. Was hast du gesagt? So hat er keine Angst mehr. Okay, gut. Hat nicht viel gebracht, aber ist ja egal. Juhu. Stadtraum. Oh, hier unten können wir es mal ausprobieren. Ähm. Ne, den... Warte mal. Das ist ja cool. Ist das jetzt... Ja, das ist mehr oder so. Wie kam normalerweise nicht raus? Okay, dann ist er ja doch ganz praktisch. Hä, waren wir hier schon? Vermutlich schon, oder? So, dann reisen wir mal weiter. Wahrscheinlich wieder mit dem Ratchet. Außer natürlich, wir können mit der Rivet nochmal in die Arena gehen. Ich weiß es nicht. Wir können aber gleich mal schauen. So, jetzt mal die Flora kaputt machen. Das mache ich ja bei Returnal auch immer. Das ist mal alles zerstören. So, dann... Wo ist eigentlich unser Freund? Ach, da hinten ist er jetzt. Da steht er jetzt. Oh Gott. Wollen wir ein bisschen aufpassen hier. Da ist ein riesiger Arm. Vielen Dank, dass ihr dabei gewesen seid. Während wir den Flicker oder bei des Flickers Rettung, bei Clanks und Rivets Rettung, irgendwie haben wir heute alle gerettet. Wir haben sogar Schrottstadt gerettet. Das hieß doch so, oder? Sonst wäre nämlich der Flicker komplett ausgeflickt. Morgen geht es natürlich weiter. Ich würde mich freuen, wenn ihr dann wieder einschaltet. Ansonsten wünsche ich euch einen wunderbaren Tag. Bleibt gesund und bis dann. Tschüss.